Die Bedeutung Schönbergs für die Gegenwartmusik und für die Entwicklung des Komponierens kann selbst heute nicht überschätzt werden, denn selbst jetzt, 60 oder 70 Jahre nachdem er seine Neuerungen in die Musik gebracht hat, wirkt seine Musik immer noch mit derselben Stärke und das, was man englisch sehr treffend Impact nennt, also der starke Effekt auf der Hölle, ist immer noch so lebendig wie er einst war.